Der Bro-Code, gelesen von Philipp Moog. Einführung Hallo, hier spricht Barney Stinson. Ob bewusst oder unbewusst, wir alle gestalten unser Leben nach Regeln, die tief in unserem Wesen verankert sind, einem Kodex, den wir verinnerlicht haben. Manche nennen diese Regeln Moral, andere nennen sie Religion. Ich nenne sie den Bro-Code. Jahrhundertelang haben Menschen versucht, diesen Regeln zu folgen, ohne dass sie begriffen haben, worum es dabei ging. Ist es in Ordnung, wenn man einen Bro umarmt? Auf gar keinen Fall. Wenn ich von einem Bro zur Hochzeit eingeladen werde, muss ich da wirklich ein Geschenk mitbringen? Wieso denn das? Darf ich mit der Schwester oder Mutter eines Bros schlafen? Oder auch mit beiden? Jetzt hör' mal auf, Mann. Zum ersten Mal habe ich jetzt auf Papier die Regeln festgehalten, an die Bros sich seit den Anfängen der Menschheit halten, wenn nicht sogar noch länger. Die Regeln des Bro-Codes sind bisher nur mündlich überliefert worden, und so habe ich die Welt bereist, um all die verstreuten Fragmente des Kodex zusammenzusuchen und eigenhändig aufzuschreiben. Ich wollte keinen Ratgeber in der Art, wie wird man ein Bro erstellen. Wenn aber die Leute den Bro-Code so verstehen und dieses Kompendium des Wissens von einer Generation in die nächste weitergeben, so wird mir das sicherlich eine Träne in den Augenwinkel treiben. Doch genug. Denn das wäre ein Verstoß gegen Artikel 41. Ein Bro weint niemals. Ich hoffe sehr, dass alle Bros dieser Welt durch ein besseres Verständnis des Bro-Code alle Unterschiede beiseite schieben können und der Zusammenhalt in der Bruderschaft gestärkt wird. Denn dann, und nur dann, können wir alle gemeinsam daran arbeiten, die größte Aufgabe zu meistern, die die Gesellschaft uns stellt. Eine tolle Braut ins Bett zu bekommen. Bevor jemand jetzt ein solches Ziel als unwürdig oder menschenverachtend abkanzelt, frage ich euch, würden wir Männer uns ohne den Spaß, den uns die Jagd nach Frauen macht, auf Sex einlassen, nur um stinkende, schreiende Babys zu produzieren? Natürlich nicht. Wenn irgendwann in der Zukunft ein Bro das, was vom Bro-Code noch erhalten sein wird, anwendet, um bei einer dreibusigen Brau zu landen, dann wünsche ich mir nur, dass ihm dann noch bewusst ist, dass ich, mit welch kleinem Beitrag auch immer, ihm dazu verholfen habe. Obwohl ich natürlich auch nichts dagegen hätte, wenn er sich etwas einfallen ließe, um mich wieder zum Leben zu erwecken. Das wäre echt nicht schlecht. Was ist ein Bro? Ein Bro ist ein Brother, ein Bruder. Und wahrscheinlich habt ihr das Wort schon x-mal in eurer Eckkneipe oder im Sportstudio gehört. Aber nur weil jemand ein guter Typ ist, ist dieser Typ noch lange kein Bro. Ein Bro ist ein Mensch, der euch sein letztes Hemd geben würde, wenn er es selbst nicht mehr braucht. Ein Bro ist ein Mensch, der sich ein Bein dafür ausreißen würde, euch zu helfen, jemand anderem ein Bein auszureißen. Kurz gesagt, ein Bro ist ein Freund fürs Leben, auf den ihr euch immer verlassen könnt. Es sei denn, er hat gerade was anderes vor. Euer Postbote ist ein Bro. Euer Vater war früher ein Bro. Der Junge, der euren Rasen mäht, ist der Bro von morgen. Aber das heißt noch lange nicht, dass er auch euer Bro ist. Wenn jemand sich genau an einen oder auch mehrere Artikel des Bro-Code hält, dann könnt ihr ihn als euren Bro betrachten. Aber Achtung! Vorsicht ist geboten, wenn ihr mit einem tollen Mädel nach Hause kommt. Euer Bruder kann ein Bro sein. Muss es aber nicht. Man muss kein Mann sein, um ein Bro zu sein. Man muss nur den moralischen Standards dieses ehrwürdigen Kodex gerecht werden. Wenn eine Frau einem Mann ihre Freundin mit Körbchengröße D vorstellt, dann handelt sie wie ein Bro. Wenn sie ihm noch weitere großbusige Freundinnen vorstellt, nachdem er mit der ersten geschlafen und sie dann nie wieder angerufen hat, ist sie ganz offiziell sein Bro. Die Anfänge Die Entstehungsgeschichte des Bro-Code ist nicht annähernd so einfach und elegant wie die, in der Broses von Gott ein paar Steintafeln in die Hand gedrückt bekommen hat. Doch auch seine Anfänge reichen bis in die Frühzeit des Menschen zurück. Zunächst gab es keinen Bro-Code, was den beiden ersten Bros, Kain und Abel, zum Verhängnis wurde. Nur weil man sich noch auf keine Regeln verständigt hatte, konnte es zum Broizid kommen. Kain erschlug Abel und musste zur Strafe fortan allein auf Erden weilen. Warum? Weil ein Mann ohne Wingman, also ohne treuen Freund, der ihn mit allen Mitteln beim Aufreißen unterstützt, nicht die geringste Chance hat, jemals an eine Braut zu kommen. Jahrhunderte später bekamen sich ein Bro aus Sparta und ein Bro aus Troja wegen einer Braut namens Helena in die Haare. Ich weiß, dass Helena nicht gerade heiß klingt, doch laut zuverlässiger Quelle hatte sie ein Antlitz, welches tausend Schiffe in Gang setzte. Da kann man sich also vorstellen, wie die Anlegestelle wohl aussah. Die beiden lieferten sich um diese Braut eine fürchterliche Schlacht. Ein Krieg, den man hätte vermeiden können, wenn die beiden Bros mit der wichtigsten Grundregel des Bro-Code vertraut gewesen wären. Bruder vor Luder. Troja wehrte sich mannhaft, doch Sparta hatte die bessere Marine. Nicht lange und Massen von spartanischen Matrosen durchbrachen die trojanische Abwehr und Helena konnte für die nächsten 18 Jahre im Warmen sitzen. Wiederum Jahrhunderte später schrieb ein wenig bekannter Abgeordneter namens Barnabas Stinson mit kratzender Feder in Philadelphia, was sehr passend ist, schließlich ist es die Stadt der brüderlichen Liebe, ein paar Sätze auf Pergament, die heute als der älteste Versuch gelten, die Regeln des Umgangs unter Bros zu kodifizieren. Im Laufe der Jahre hatte die Gemeinschaft der Bros weitere Regeln hinzugefügt und die ursprünglichen modifiziert. Doch Stinsons präzise Formulierungen haben als elegante Präambel zum heutigen Bro-Code bestand. Obwohl das Originaldokument zwei Stockwerke unter Meereshöhe in einer geheimen, vakuumverschlossenen, kugelsicheren Kammer liegt, konnte ich es lange genug einsehen, um die folgende Kopie anzufertigen. 4. Juli 1776. Der Bro-Code. Wenn es im Lauf menschlicher Begebenheiten für ein Volk nötig wird, dass unter Bros ein Disput beigelegt werde, so erfordern Anstand und Achtung für die Meinungen des männlichen Geschlechts, dass man die Ursachen anzeige, welche zum Dispute führten, auch wenn die Erfahrung sagt, dass es sich meist um eine Braut handeln wird. Wir halten diese Wahrheiten für ausgemacht, dass alle Bros gleich erschaffen wurden, aber natürlich nicht unbedingt alle gleich aussehen oder den gleichen guten Geschmack haben, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten begabt wurden, worunter sind Leben, Freiheit und das Bestreben nach sexueller Erfüllung. Zur Versicherung dieser Rechte legen wir den Bro-Code vor. Es soll das Recht der Bros sein, ihn zu verändern oder abzuschaffen und einen neuen Kodex einzusetzen, aber vertut euch da nicht. Es ist ein Haufen Arbeit. Es sei hiermit festgelegt, dass vom heutigen Tage an, wenn und falls zwei Gentlemen die Gesellschaft ein und derselben Jungfer begehren, derjenige Bro, welcher als erster seine Absichten betreffend fraglicher Jungfer kundtut, Vorrecht für jene Zeitspanne genießen soll, welche man, vernünftigerweise, für einen Erstschlag braucht, oder jene Spanne, welche der Sand eines Urglases benötigt, von dessen einer Hälfte in die andere zu rinnen, je nachdem, welche sich als erstes erfüllt. Unter keinerlei Umständen soll geduldet werden, dass ein Bro diese Rechte verletzt und seinem Bro an die Eier geht, selbst dann nicht, wenn er reichlich dem Starkbiere zugesprochen hat. Das Band zwischen zwei Männern ist stärker als das Band zwischen Mann und Frau, weil Männer normalerweise stärker sind als Frauen. Das ist eine wissenschaftliche Tatsache. Artikel 1 lässt sich bis zur Genesis zurückverfolgen. Nein, nicht zu der Popgruppe mit Peter Gabriel und Phil Collins, sondern zum ersten Buch der Bibel. Bei der Entdeckung der Schriftrollen vom Toten Meer kam auch die folgende, verloren geglaubte, Passage zum Vorschein, die den ältesten Verstoß gegen den Bro-Code überhaupt dokumentiert. Das Buch Barnabas, 1, Vers 1 Und ein jegliches, das der Mensch bedurfte, war in dem Garten. Obst, Wasser, Gesellschaft. Doch eines Tages entdeckte Adam eine nackte Braut, Eva, und wollte ihr ein Blümlein pflücken. Also begab sich Adam hinter einen Apfelbaum, auf das er Eva erkenne, und ließ seinen Bro, namens Phil, schmählich im Stich. Und dabei hatte Phil Karten für die New York Knicks, ganz vorn. Na, um es kurz zu machen, die Menschheit verlor ihre Unschuld, das Paradies wurde geschlossen. Und wir alle wissen ja, wie es danach mit den Knicks bergab ging. Artikel 2 Ein Bro hat jederzeit das Recht, etwas Blödsinniges zu tun. Vorausgesetzt, sämtliche anderen Bros tun es auch. Wäre Budge Cassidy damals allein aus der Blockhütte gestürmt, hätten die Leute so etwas gesagt wie Oh Mann! Wäre nur ein einziger bescheuerter Spanier auf die Idee gekommen, mit einer Horde wütender Stiere hinter sich durch die Straßen zu rennen, hätten die Leute gesagt Kann nicht sein, oder? Wenn sich in den Anfangstagen von Mowtly Crew nur Tommy Lee die Wimpern getuscht hätte, hätten die Leute gesagt Also ehrlich, Lady, der Freibrief zum Blödsein, das ist der tiefere Grund, warum es überhaupt Bros gibt. Artikel 3 Wenn ein Bro sich einen Hund zulegt, muss ihm dieser im ausgewachsenen Zustand mindestens bis zum Knie reichen. Ein Schoßhund nach einem Profi-Ringer oder nach einer Figur in einem Steve-McQueen-Film zu benennen, entbindet ein Bro nicht von diesem Grundsatz. Artikel 4 Ein Bro verrät die Existenz des Bro-Code niemals einer Frau. Es ist ein heiliger Text, den man nicht mit einer Braut teilen darf, aus keinem Grund. Nein, auch deswegen nicht. Sollten Sie weiblich sein und diese Zeilen hören, möchte ich mich bei Ihnen entschuldigen. Ich hatte nie vor, ein Buch zu schreiben, in dem so viel Mathe vorkommt. Tolle Stiefel übrigens, die Sie da anhaben. Artikel 5 Egal ob ein Bro sich für Sport interessiert oder nicht, er interessiert sich für Sport. Artikel 6 Ein Bro ist nicht zimperlich, wenn er sich im Umkleiderraum eines Sportstudios nackt vor anderen Bros zeigen muss. Wenn ein Bro sich im Umkleiderraum nackt auszieht, müssen alle anderen Bros so tun, als ob überhaupt nichts dabei wäre, zugleich aber unverzüglich den Blick abwenden. Im Zweifelsfall gilt die alte Regel, wenn das letzte Handtuch fällt, unser Blick zu Boden schnellt. Artikel 7 Ein Bro gibt niemals zu, dass er nicht fahren kann. Nicht einmal nach einem Unfall. Artikel 8 Ein Bro schickt einem anderen Bro niemals eine Grußkarte. Es gibt zwischen Bros kein Gefühl, das nicht durch den Austausch von emotional angenehm distanzierter elektronischer Post vermittelt werden könnte. Hier einige Beispiele für Bro-Mails, die kurz und klar das Wesentliche zum Ausdruck bringen und die beträchtlichen Mühen und Kosten des Aussuchens und Verschickens einer echten Grußkarte ersparen. Thema Anteilnahme An Bro Von Bro Text Tut mir leid, Bro Thema Glückwünsche An Bro Von Bro Text Klasse, Bro Thema Genesungswünsche An Bro Von Bro Text Halt die Ohren steif, Bro Thema Geburtstag An Bro Von Bro Text Die Runde geht auf mich, Bro Ich denke an dich Keine Angabe Artikel 9 Sollte ein Bro durch Unfall oder Krankheit ein Körperteil einbüßen, machen seine Mitbros keine blöden Bemerkungen wie Au, das wäre beinahe ins Auge gegangen oder Wie die dich in deinem Job fertig gemacht haben, das ging dir ja ganz schön an die Nieren. Der Bro blickt nach wie vor mit beiden Augen in die Welt und hat weiterhin zwei Nieren. Bildlich gesprochen jedenfalls. Artikel 10 Ein Bro wird alles stehen und liegen lassen und seinem Bro zu Hilfe eilen, wenn dieser Mühe hat, eine Braut loszuwerden. Mit folgenden Äußerungen wird man eine Braut garantiert mit weniger als zehn Worten los. Nimm doch stattdessen lieber einen Salat. Süß, jetzt bekommst du auch einen Schnurrbart. Die sieht aus wie du in deinen besten Zeiten. Ich würde die Implantate bezahlen. Tut mir leid, dass ich deine Schuhe weggeworfen habe. Artikel 11 Artikel 12 Bros teilen keinen Nachtisch Artikel 13 Jeder Bro muss einen anderen Bro als Wingman haben. Der Wingman hilft beim Aufreißen von Frauen, ist Prügelknabe und ist dein bester Bro. Artikel 14 Wenn eine Braut sich nach der sexuellen Vergangenheit eines anderen Bros erkundigt, muss der Bro das schweigige Brod einhalten und so tun, als wüsste er von nichts. Besser die Frauen denken, dass alle Männer blöd sind, als dass man ihnen die Wahrheit erzählt. Artikel 15 Ein Bro tanzt nie mit den Händen über dem Kopf Artikel 16 Ein Bro sollte jederzeit in der Lage sein, die Gewinner der folgenden Wettbewerbe und Titel zu nennen. Super Bowl, Fußball-Weltmeisterschaft, Playmate des Jahres Artikel 17 Ein Bro sollte zu seinen Arbeitskollegen nett und höflich sein, es sei denn, sie stehen in der Anschnauzpyramide unter ihm. Amerika wurde auf dem Rücken von Männern und Frauen errichtet, die ständig angeschnauzt wurden, dass sie härter arbeiten sollten. Und diese Sitte wurde von Generation zu Generation weiter geschnauzt. Aber natürlich darf man nicht einfach jeden anschnauzen, nur den, der rangmäßig unter einem steht. Nehmen wir zum Beispiel die Anschnauzpyramide einer Profi-Fußballmannschaft. Zuunterst stehen die Zuschauer, danach die Spieler, dann Kapitän, Hilfstrainer, Trainer und zuoberst die Geldgeber. Im Büro funktioniert das genauso. Hier zum Beispiel die Anschnauzpyramide der Firma, in der ich arbeite. Zuunterst der französische Präsident. Die nächste Stufe ist geheim, danach der Vizepräsident, Synergetik, dann ich, Barney, darüber der Aufsichtsrat und die oberste Stufe, die ist wieder geheim. Solltet ihr feststellen, dass ihr euch ganz unten in eurer Anschnauzpyramide befindet, dann ist das kein Grund zum Verzweifeln. Das Schöne an dieser Pyramide ist, dass man an der Basis immer noch eine Stufe hinzufügen kann. Die Putzkolonne, den dösigen Wachmann, jeden, der kein Englisch spricht. Das sind die Stellen, an denen man ansetzen kann. Artikel 18 Wenn ein Bro für eine Party neues Bier besorgt, ist er berechtigt, etwaigen Gewinn nach dem Einsammeln des Geldes einzustreichen. Um Diskussionen zu vermeiden, sollte der Bro vor seiner Rückkehr den Kassenbon wegschmeißen. Artikel 19 Ein Bro sollte nicht mit der Schwester seines Bros schlafen. Andererseits sollte ein Bro auch nicht durchdrehen, wenn ein Bro zu ihm sagt, Mann, deine Schwester ist echt heiß. Wahrscheinlich ist es für alle am besten, wenn ein Bro einfach sämtliche Bilder von seinen Schwestern versteckt, bevor die anderen Bros anrücken. Und hier die Checkliste für ein Bro-gerechtes Zuhause. Verstecke alle Bilder von heißen Schwestern, Müttern und Cousinen. Öffne verschiedene Flaschen und staube die Bar ab, damit es auch wirklich so aussieht, als ob du sie benutzt. Hol die Pornohefte aus dem Schlafzimmer und leg sie ins Klo, damit die Jungs etwas zu lesen haben. Gehe die aufgezeichneten Sendungen deines Digital-Rekorders durch und lösche peinliche Aufnahmen wie Talkshows und dergleichen. Öffne alle Fenster. Leg alle Fernbedienungen auf den Couchtisch, egal ob sie funktionieren oder nicht. Schalte den Anrufbeantworter ab oder ruf deine Mutter, eine Stunde bevor die Bros kommen, an. Untersetzer, Untersetzer, Untersetzer. Schließ dein E-Mail-Programm. Komplimentiere deine Freundin oder Sexpartnerin nach draußen. Artikel 20 Ein Bro respektiert seine Bros beim Militär, weil sie sich heldenhaft bereit erklärt haben, die Sicherheit seines Landes zu verteidigen. Vor allem aber, weil sie ihm dermaßen in den Arsch treten können, dass er nicht mehr weiß, was für ein Wochentag gerade ist. Artikel 21 Ein Bro macht niemals Bemerkungen über die supergeile Freundin eines anderen Bros. Selbst wenn der Bro mit der geilen Freundin versucht, ihn zu einer Aussage wie »Die ist ja supergeil, Mann« zu verführen, sollte der Bro schweigen. Denn in einem solchen Fall sollte nur er selbst jemanden verführen. Artikel 22 Es gibt keine Regel, die besagt, dass ein Bro nicht weiblich sein kann. Frauen können ausgezeichnete Bros abgeben. Warum? Weil sie dabei helfen können, den widersprüchlichen und verwirrenden Kodex der anderen Seite zu verstehen, den Brautcode. Haben Bräute wirklich ihre eigenen Regeln? Ich fürchte ja. Eines Morgens, als ich mich gerade in aller Stille verdrücken wollte, während meine Gastgeberin unter der Dusche stand, fiel mir ein Exemplar jenes sagenumwobenen Bandes in die Hand. Ich konnte die mit Schnörkeln verzierten Seiten dieses Werkes mit rosa schillerndem Umschlag zwar nicht genau studieren, aber einige Sätze fielen mir doch auf. Zum Beispiel Eine Braut sollte nicht mit dem Exfreund einer anderen Braut schlafen. Es sei denn, sie tut es. Eine Braut zahlt nie die Rechnung. Egal wofür. Wenn zwei Bräute in Streit geraten, dann machen sie gehässige Bemerkungen und ignorieren einander, statt die Sache mit den Fäusten auszutragen und die jeweils andere zu zerlegen. Wenn eine Braut einen Frauen-Power-Song à la I Will Survive hört, muss sie alles stehen und liegen lassen, eine andere Braut an der Hand nehmen und den Text aus vollem Hals mitkreischen. Eine Braut darf sich einen Schoßhund zulegen, aber nur, wenn er in ihren Briefkasten passt. Wenn zwei Bräute das gleiche Kleid tragen, ist jede dazu berechtigt, über das der anderen einen Drink zu schütten. Eine Braut darf kein Motorfahrzeug sicher bedienen. An Halloween kann eine Braut ordentlich einen draufmachen. Artikel 23 Wenn ein Bro in Gesellschaft von anderen Bros durch verschiedene Fernsehsender zappt, darf er keine Sendung überspringen, in der Titten zu sehen sind. Dazu gehören auch Fitness- oder Gymnastik-Sendungen und unter gewissen Umständen sogar medizinische Sendungen. Artikel 24 Wenn ein Bro eine Baseballkappe trägt, muss er den Schild entweder exakt nach vorn oder exakt nach hinten ausrichten. Alle anderen Winkel sind Rappern oder Behinderten vorbehalten. Artikel 25 Ein Bro lässt nicht zu, dass ein anderer Bro sich tätowieren lässt. Schon gar nicht den Namen eines Mädchens. Im Durchschnitt hält die Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau 83 Tage. Die Beziehung zwischen einem Mann und seiner Haut hält jedoch das ganze Leben und will gepflegt sein. Schließlich ist die Haut das größte und zweitwichtigste Organ eines Mannes. Artikel 26 Ein Bro darf sein Handy nicht in einer Gürteltasche tragen, es sei denn, er hat Kinder. Artikel 27 Ein Bro zieht niemals sein Hemd in Gegenwart anderer Bros aus, es sei denn, am Strand oder am Pool. Ein Bro mit einem behaarten Rücken behält sein Hemd bei allen Gelegenheiten an, auch am Pool oder am Strand. Sorry, Bro. Artikel 28 Ein Bro weist sein Bro rechtzeitig darauf hin, dass ein Zickenkrieg mit Handgreiflichkeiten droht. Ein Bro muss so früh wie möglich darauf hinweisen, dass die Aussicht auf Handgreiflichkeiten zwischen zwei Vertretern der weiblichen Variante der Spezies Mensch, also auf einen Zickenkrieg, besteht, damit einer oder mehrere andere Bros die Gelegenheit erhalten, dabei zugegen zu sein. Rechtzeitig ist ein dehnbarer Begriff, dessen Definition auch davon abhängt, wie der Bro, der zuerst auf die weibliche Auseinandersetzung aufmerksam wird, die Aussichten auf eine Eskalation einschätzt. Besagter Bro muss sämtliche ihm zur Verfügung stehenden Kommunikationsmöglichkeiten nutzen, zum Beispiel Telekommunikation, Anstoßen mit dem Ellenbogen, Brieftauben, Drahtfunk, lautes Rufen, Postkarten oder Telepathie. Wenn ein informierter Bro den Handgreiflichkeiten nicht persönlich beiwohnen kann, ist der anwesende Bro verpflichtet, das Ereignis zu dokumentieren und später mittels Fotos, Video oder, wenn gar nichts anderes verfügbar ist, Pantomime oder Ausdruckstanz wiederzugeben. Artikel 29 Wenn zwei Bros beschließen, zusammen ins Kino zu gehen, dürfen sie keine Vorstellung besuchen, die später als 16.40 Uhr beginnt. Außerdem sollten sie sich keinen Eimer Popcorn teilen, auch wenn es kostengünstiger wäre, sondern stattdessen individuelle Tüten erwerben. Artikel 30 Ein Bro geht nicht auf Schnäppchenjagd Artikel 31 Wenn ein Bro auf Frauenjagd ist, versucht er sein Glück zuerst bei der heißesten Braut. Schließlich weiß man ja nie. Und hier eine aktuelle Hitliste der heißesten Bräute. 1. Halb-Asiatinnen Multiethnisch Multisexy 2. 2. 2. Lieber Näsinnen 3. Töchter von Politikern Sie sind immer für eine Überraschung gut 4. Stumme Eins steht fest Angenehm sind sie 5. Bräute aus den Videoclips der 80er Sie regeln sich über der Motorhaube einer Corvette in die Top Ten 6. Echt große Bräute Die kommen immer an den Deckenventilator vom Bett aus 7. Meerjungfrauen Feucht, wild Wundervoll 8. Sektenbräute Garantiert irre 9. Armebräute Ein echter Nahkampf 10. Mädels auf Rollerblades Zu schnell Zu uns steht Artikel 32 Ein Bro lässt nicht zu, dass ein anderer Bro heiratet, bevor er nicht mindestens 30 ist Artikel 33 Auf einer öffentlichen Toilette schaut ein Bro erstens beim Gebrauch des Pissoirs starr vor sich hin Zweitens gibt er den obligatorischen Kommentar Bin ich denn hier auf dem Mädchenklo? Ab, wenn mehr als zwei Kerle zum Pinkeln anstehen Und drittens versucht er sein zusammengeknülltes Papierhandtuch wie einen Basketball in den Korb zu werfen Gegebenenfalls mit Abpraller Artikel 34 Zwischen Bros gibt es bei einem Teufelsdreier keinen Blickkontakt Artikel 35 Ein Bro leitet sich nie einen Frauenfilm aus Artikel 36 Doppel D Wenn in weiblicher Gesellschaft das Thema falsche Brüste zur Sprache kommt, äußert ein Bro sich stets abfällig Falsche Brüste können in einem Gespräch mit einer Frau durchaus zum Thema werden Allerdings wohl nicht in der Art, wie es wünschenswert wäre Es kommt nicht selten vor, dass eine Frau mit Fangfragen arbeitet, um dahinter zu kommen Wie ein Bro zur Frage der Brustvergrößerung steht Nämlich Größer ist gleich besser Und glaubt ja nicht, dass euch das Geschwafel über die Schönheit der natürlichen Formen, das ihr für solche Fälle in petto habt, retten kann Einige Beispiele dafür, wie man mit falschen Brüsten umgeht Eine Braut sagt I, schau dir die falschen Titten an Der Bro antwortet Völlig unnatürlich und total unsexy Die Braut Du hast dir also auf die Titten gestarrt Die Braut sagt I, schau dir die falschen Titten an Der Bro Bei wem? Die Braut Du weißt schon, wen ich meine Bro Oh ja, stimmt, die sehen ziemlich unecht aus Braut Du hast dir also auf die Titten gestarrt Die Braut sagt I, schau dir die falschen Titten an Der Bro entgegnet Glaubst du echt? Die Braut Dann heirate sie doch, wenn dir sowas gefällt Die Braut I, schau dir die falschen Titten an Bro Von sowas verstehe ich nichts Braut Ach Glaub mir, die sind falsch Artikel 37 Ein Bro ist zu keiner Zeit verpflichtet, jemandem eine Tür aufzuhalten Wenn Frauen darauf bestehen, ihre eigene Basketball-Profiliga haben zu wollen Dann müssen sie sich auch die Türen selbst aufmachen So schwer sind sie ja schließlich nicht Artikel 38 Selbst in einem Kampf auf Leben und Tod Schlägt ein Bro einem anderen Bro niemals in die Eier Artikel 39 Wenn ein Bro sich die Telefonnummer einer Braut gesichert hat Wartet er mindestens 96 Stunden, bevor er sie anruft Wenn du einmal eine Frau schon am nächsten Tag anrufst Dann wird sie ihren Freundinnen erzählen, dass du schon am nächsten Tag angerufen hast Und ehe du dich versiehst, erwarten alle Frauen, dass die Jungs schon am nächsten Tag anrufen Bevor du überhaupt weißt, was passiert Haben sich überall auf der Welt Bros auf Beziehungen eingelassen Und alles nur, weil du keine lächerlichen 96 Stunden warten konntest Ruf irgendwann tagsüber an Dann stehen die Chancen gut, dass der Anrufbeantworter dran geht Was letzten Endes weniger Konversation bedeutet Mit etwas Glück kannst du etwas organisieren, ohne dass du überhaupt mit dir reden musst Rufe nie nach 21 Uhr an Nach 21 Uhr verabredet man sich zum Sex Und nur zum Sex Wenn du gehört hast, dass ein Bro drei Tage warten soll, bevor er anruft Dann kannst du sicher sein, dass die Frauen das auch gehört haben Wenn du aber noch einen weiteren Tag wartest Gibst du einer Braut das Gefühl, dass sie etwas ganz Besonderes ist Artikel 40 Wenn ein Bro in die Verlobungsfalle tappt, müssen seine Bros sich zusammentun und versuchen, ihn zu heilen Allgemein auch bekannt unter dem Begriff Junggesellenparty Artikel 41 Ein Bro weint niemals Ausnahmen bei den Filmen E.T. oder Feld der Träume Oder wenn eine Sportlerlegende die aktive Karriere beendet Das gilt allerdings nur für die erste Beendung Artikel 42 Begrüßt ein Bro einen anderen Bro, so kann er sich dabei des High-Five, des Faust-an-Faust-Grußes oder des Bro-lischen Schulterschlags bedienen Jedoch niemals einer Umarmung Artikel 43 Ein Bro liebt sein Heimatland Es sei denn, sein Heimatland ist nicht Amerika Artikel 44 Ein Bro reibt einen anderen Bro niemals mit Sonnencreme ein Ausnahme, Bros befinden sich ganz in der Nähe des Äquators Artikel 45 Ein Bro geht niemals in Jeans in ein Striplokal Warum ein Bro niemals in Jeans in ein Striplokal geht? 1. Die Taschen bei Tuchhosen sind größer und dehnbarer, sodass man ein dickeres Bündel Geldscheine einstecken kann 2. Jeansstoff passt nicht zum Dekor des Clubs, das in der Regel von Leoparden, Zebra oder anderen Fellmustern geprägt ist 3. Ein Wort, drei Silben, vier Stunden in der Notaufnahme Reißverschluss 4. Es ist eine Show und Künstler verdienen Respekt Diese erotischen Tänzerinnen haben unter beträchtlichen Mühen eine anspruchsvolle Choreografie einstudiert Würdet ihr vielleicht in Latzhosen ins Ballett gehen? Fangfrage Bros gehen niemals ins Ballett 5. Tuchhosen lassen dem Pimmel einfach mehr Raum Artikel 46 Sollte ein Bro im Flugzeug neben einem Typen sitzen, der auf dem Mittelsitz eingezwängt ist, überlässt er ihm die gemeinsame Armlehne vollständig Es sei denn, der Typ hat a. seine Schuhe ausgezogen b. schnarcht c. lässt den Bro mehr als einmal aufstehen, weil er zur Toilette muss oder d. lässt sich Kopfhörer geben, nachdem angekündigt wurde, dass der Bordfilm 27 Dresses ist Artikel 47 Ein Bro trägt niemals pink, nicht einmal in Europa Artikel 48 Ein Bro verrät niemals, wie viele Bräute er flachgelegt hat Ein Bro verrät auch niemals, wie viele Bräute ein anderer Bro flachgelegt hat Wenn eine Braut ein Bro kennenlernt, will sie drei Dinge wissen Erstens, wie viel verdient er? Zweitens, ist er kleiner als sie? Drittens, wie viele Bräute hat er flachgelegt? Die beiden ersten Antworten wird sie im Laufe der Zeit herausfinden Ein Bro beantwortet aber niemals die dritte Frage Wenn ein Bro sich allerdings gezwungen sieht, zu antworten etwa wenn ihm Sex verweigert wird, bis er eine Zahl genannt hat kann er nach der folgenden Formel eine für die andere Seite akzeptable Anzahl berechnen Z ist gleich, Klammer auf, Alter des Bros geteilt durch 10 plus Schlampenfaktor der Braut die die Frage stellt, Klammer zu, hoch 0 plus 5 Schlampenfaktor 1 steht für Nonne, Schlampenfaktor 10 für ehemalige Nonne Artikel 49 Auf die Frage, kann ich Ihnen helfen, antwortet ein Bro grundsätzlich Danke, ich schaff das schon, ganz egal, ob er es schafft oder nicht Ausnahmen Der Bro trägt ein teures Fernsehgerät, parkt ein teures Auto ein oder lädt ein teures Fernsehgerät in ein teures Auto Artikel 50 Berührt ein Bro beim Gehen versehentlich den Unterbau eines anderen Bros mit dem Arm müssen beide Bros so tun, als wäre nichts geschehen Artikel 51 Wenn ein Bro ein Blind Date hat, dann sieht sich ein anderer Bro das Mädel vorher genau an und macht Meldung mit dem Daumen hoch oder Daumen runter Zeichen Artikel 52 Ein Bro ist nicht verpflichtet, sich den Geburtstag eines anderen Bros zu merken Obwohl es ihn auch nicht umbringen wird, gelegentlich mal anzurufen Artikel 53 Selbst in Dürrezeiten spült ein Bro stets zweimal Artikel 54 Ein Bro ist verpflichtet, mit seinen Bros am Vatertag und anderen Bro-Feiertagen auszugehen darunter Halloween, Silvester und der Mauerblümchentag Am 13. Februar Ein wenig Bro ist sie Es war eine Braut aus Killarney, die versprach einem Herrn namens Arney, dass nur ihm treu sie bliebe, doch das war eine Lüge Letzte Nacht, da rief sie, oh Barney Ich liebte ein Mädel, Othilie, die zeigte mir gleich die Familie Ja, die Braut, die war nett, doch die Mutter war fett Und so schenkte ich ihr nur Petersilie Artikel 55 Selbst bei Unfällen, die einen Druckverband notwendig machen Borgt ein Bro sich niemals Kleidungsstücke von einem anderen Bro aus oder verleiht eigene Kleidungsstücke Artikel 56 Ein Bro ist verpflichtet, einen anderen Bro darauf hinzuweisen, wenn er merkt, dass die Bro-Brautquote auf einer Party unter 1 zu 1 fällt Um jedoch Broflation zu vermeiden, darf ein Bro nur jeweils einen anderen Bro darauf hinweisen Außerdem darf ein Bro nicht über die Bro-Brautquote auf einer Party oder in einem Lokal spekulieren, ohne dass er zuvor seine Einschätzung der aktuellen Quote nennt Artikel 57 Ein Bro verrät einem anderen Bro niemals das Ergebnis eines Sportereignisses, es sei denn, der andere Bro hat dreimal bestätigt, dass er es wirklich wissen will Artikel 58 Ein Bro trägt keinen Schnurrbart Ausnahme Es ist vollkommen in Ordnung, wenn ein Bro beim Rasieren die Stoppeln um seinen Mund erst zum Schluss angeht, sodass er vorübergehend diverse Gesichtshaar-Arrangements ausprobieren kann Zweite Ausnahme Tom Selleck Artikel 59 Ein Bro zahlt stets die Kaution für einen anderen Bro, es sei denn, dieser sitzt in einem anderen Bundesstaat ein oder die Kaution ist unverschämt hoch Unverschämt hoch ist eine Kaution, wenn sie höher ist als die Zahl der Jahre, die ihr schon Bros seid, mal 100 Dollar Artikel 60 Ein Bro soll Vater und Mutter ehren, denn einst waren auch sie Bro und Braut Doch soll ein Bro niemals Bro und Braut in ihnen sehen Artikel 61 Wenn ein Bro aus irgendeinem Grund auf einen Jahrestag in der Beziehung eines anderen Bros aufmerksam wird, dann muss er sich bemühen, diesem Bro die Information zu übermitteln, auch wenn er glaubt, dass der Bro vielleicht von sich aus daran denkt Frauen finden offenbar, dass es neben Karneval, der Auslosung der Gegner bei Fußballspielen und dem Tag, an dem die neue Badeanzugskollektion vorgestellt wird, noch andere Tage im Jahr gibt, die gefeiert werden sollten Ich persönlich verstehe zwar nicht, warum das so ist, aber ich weiß, dass jemand, der sich mit einer Frau auf mehr als ein paar gelegentliche Spielchen im Heu einlässt, was ausdrücklich nicht zu empfehlen ist, sich an bestimmte Tage im Jahr einigermaßen präzise erinnern sollte Tage, die Frauen wichtig finden, sind zum Beispiel ihr Geburtstag, der Jahrestag eures ersten Treffens, euer Hochzeitstag, die Geburtstage der Kinder und der Tag, an dem die erste Folge der neuen Staffel von Grey's Anatomy gezeigt wird Artikel 62 Falls zwei Bros dasselbe Ziel anvisieren, hat der Bro Vorrang, der als erster seine Ansprüche angemeldet hat Wenn beide im selben Moment ihre Ansprüche anmelden, hat derjenige Vorrang, der am schnellsten laut bis 10 gezählt hat Wenn beide zeitgleich bei 10 anlangen, hat der Bro Vorrang, welcher als letzter die Drinks bezahlt hat Wenn beide noch keine Drinks bezahlt haben, hat der größere der beiden Vorrang Wenn beide gleich groß sind, hat derjenige Bro Vorrang, der die längere Durststrecke hinter sich hat Sollte die Durststrecke der beiden gleich lang sein, muss ein diskret ausgeführtes Broschnick, Schere, Stein, Papier für Bros, bestimmen, wer Vorrang hat Vorausgesetzt das Mädel ist bis dahin noch da Artikel 63 Ein Bro muss alles in seinen Kräften Stehende tun, um sein Bro mit empfängnisverhütenden Mitteln zu versorgen Brophylaxe ist die tragende Säule, oder sagen wir die Latexhülle für die tragende Säule, das Way of Life eines Bro Zwar ist ein Bro weder im rechtlichen noch im fiskalischen Sinne für etwaige Folgeschäden aufgrund von Nichtversorgung mit Verhütungsmitteln verantwortlich zu machen Doch es ist nicht ungewöhnlich, dass ein Bro an schweren Schuldgefühlen leidet, wenn sich ein Mid-Bro etwas zuzieht, das ihm ein Leben lang zusetzen kann, gerade im Falle einer Vaterschaft Sollte der Fall eintreten, dass ein Bro ohne die erforderlichen verhütenden Hilfsmittel dasteht, mit denen sich ein Koitus sicher vollziehen lässt So darf er mit vollem Recht von einem anderen Bro erwarten, dass dieser sämtliche ihm zur Verfügung stehenden oder auch nicht zur Verfügung stehenden Mittel einsetzt um besagte Brophylaxe schleunigst und dabei diskret zu besorgen Wenn ein Bro mit einem vorher verabredeten Zeichen, Codewörter oder Körpersprache einen Versorgungsnotstand signalisiert so gilt als abgemacht, dass der andere Bro alle gerade ausgeübten Tätigkeiten unterbricht ausgenommen der Geschlechtsakt selbst Diesen verpflichtet sich der Bro jedoch in diesem Falle so schnell wie möglich zum Abschluss zu bringen um dem Bro in Not mit einer möglichst großen Bandbreite an Verhütungsmitteln zur Hilfe zu eilen Ein Bro muss bei dieser Hilfsaktion für sein Bro das schnellstmögliche Transportmittel wählen Unter keinen Umständen darf ein Fahrrad verwendet werden Es sei denn, ein Fahrrad ist das einzige zur Verfügung stehende Transportmittel zum Beispiel in Gegenden wie Südostasien, Arkansas oder dergleichen Da dies nicht nur dazu führt, dass der fragliche Bro sich lächerlich macht sondern es kann auch zu Verletzungen des Perineums kommen eines Körperbereichs, der in gefährlicher Nähe zu den Geschlechtsorganen liegt Für den Fall, dass lokales, nationales, internationales oder galaktisches Gesetz gebrochen wird sei es durch Geschwindigkeitsübertretung oder durch die rechtswidrige Aneignung von Lufttransportmitteln gilt als abgemacht, dass der zu versorgende Bro für sämtliche eventuell anfallenden Geldstrafen oder Anwaltskosten aufkommt Kosten oder Schäden, die von der Benutzung öffentlicher Transportmittel herrühren sollen hingegen vom nothelfenden Bro allein getragen werden denn hier handelt es sich um einen eindeutigen Fall von Quid pro Bro Bei Ankunft an dem Ort, an welchem der notleidende Bro sich befindet soll der helfende Bro mit äußerster Diskretion vorgehen um nicht den Flow des betreffenden Bros zu stören die Brower Ist der notleidende Bro erst einmal mit dem oder den erforderlichen Verhütungsmitteln versorgt gilt die Prozedur mit dem, in diesem Falle lautlosen Austausch des traditionellen High Five als abgeschlossen Stillschweigend wird mit diesem Ritual die Tatsache besiegelt, dass die Episode nie mehr erwähnt werden wird es sei denn rückblickend als richtig gute Geschichte Artikel 64 Ein Bro muss seinem Bro eine Eintrittskarte zu einem Sportereignis besorgen wenn es sich bei diesem Ereignis um ein Endspiel handelt an dem die Lieblingsmannschaft besagten Bros beteiligt ist Artikel 65 Wird unter Bros eine Runde Drinks ausgegeben so muss sich ein Bro mit einer weiteren Runde revanchieren Ausnahme Ein Bro ist von dieser Regel befreit wenn der andere Bro einen Drink bestellt der mit einem Schirmchen serviert wird Artikel 66 Hat ein Bro die dauerhafte Trennung von einer Partnerin zu verdauen dürfen seine Bros dies mit keiner Bemerkung oder Geste kommentieren die über Scheißemann sowie großzügig geordertes Bier hinausgeht Um die Gefahr möglicher Peinlichkeiten in der Zukunft zu vermeiden muss ein Bro sich drei Monate lang jeglicher abfälliger Äußerungen ob gerechtfertigt oder nicht über besagte Partnerin enthalten bis die Periode des Rückfallrisikos sicher überstanden ist Artikel 67 Sollte ein Bro auf einer Party zur Gitarre greifen und die ersten Akkorde spielen dann muss sein Bro ihn darauf hinweisen dass er im Begriff ist, sich lächerlich zu machen Artikel 68 Wenn ein Bro eine Glückssträhne hat muss ein anderer Bro alles tun, um deren Anhalten zu sichern selbst wenn dies seine eigenen Chancen verschlechtert ihn von der Arbeit abhält oder wenn er dafür notfalls sogar das Schreckensszenario heraufbeschwören muss dass das Ende der Welt naht Ausnahme Durststrecke sticht Glücksträhne Artikel 69 Aber ja Artikel 70 Ein Bro bringt einen anderen Bro zum Flughafen oder holt ihn dort ab Macht jedoch niemals beides bei einer Reise Es wird nicht erwartet, dass er pünktlich kommt, beim Gepäck behilflich ist oder sich nach der Reise oder dem Allgemeinbefinden seines Bros erkundigt Artikel 71 Aus Rücksichtnahme auf all die Bros dieser Welt bringt ein Bro zu einer Party niemals mehr als zwei weitere Bros mit Ein wenig Bro-esie Ein einzelner Bro trifft allein auf die Leute Ein zweiter verhilft dem Ersten zum Ziel Ein dritter Bro macht aus Zweien die Meute Doch ein vierter Bro, der ist wirklich zu viel Artikel 72 Ein Bro benutzt niemals die Rechtschreibprüfung Artikel 73 Wenn mehrere Bros gemeinsam ein Restaurant besuchen muss sich jeder von ihnen entsprechend dem altehrwürdigen Ritual verhalten und sich scheinbar darum reißen, die Rechnung zu bezahlen unabhängig davon, ob er es sich leisten kann oder nicht Wenn die Gruppe dann letztlich beschließt, den Betrag zu teilen muss der Bro ärgerlich wirken und auf keinen Fall extrem erleichtert Artikel 74 An einer Ampel fährt ein Bro so dicht wie nur möglich an den Vordermann heran und drückt dann sofort auf die Hupe, wenn die Ampel auf grün springt So hat ein anderer Bro, der eventuell mehrere Wagen weiter hinten steht, eine bessere Chance noch in derselben Ampelfase über die Kreuzung zu kommen Artikel 75 Ein Bro bessert automatisch die Berufsbeschreibung eines anderen Bros auf, wenn er ihn einer Braut vorstellt Frauen nehmen es mit der Wahrheit nicht immer so genau, wenn es um Alter, Männergeschichten oder manchmal sogar, man beachte die hilfreiche Unterstützung durch Make-up oder formende Unterwäsche um ihr Aussehen geht Im Gegenzug ist es daher nur fair, wenn ein Bro bei den Angaben zu seiner Profession ein wenig übertreibt Außerdem ist das taktisch klug, denn die Position eines Bros ist für eine Braut etwa das, was die Brüste der Braut für den Bro sind Artikel 76 Wenn ein Bro in Gegenwart anderer Bros mit einer Braut telefoniert und aus unerfindlichen Gründen Ich liebe dich sagen möchte, dann muss er vorher das Zimmer verlassen oder den Satz mit einer nahezu unhörbaren Barry White Stimme hauchen Artikel 77 Bros nehmen sich niemals in den Arm Ausnahme Artikel 78 Ein Bro botet seinen Wingman niemals aus Das heißt, er spannt ihm niemals die Braut aus Niemals Um den Bund der ewigen Treue zwischen einem Bro und seinem Wingman zu bekräftigen und ins Gedächtnis zu rufen sollten sich beide, bevor sie ausgehen, voreinander aufstellen, die linke Hand auf den Bro-Code legen, die rechte heben und den Wingman-Schwur sprechen Der Wingman-Schwur geht so Ich befolge den Bro-Code so gut es geht Ich werde nicht zulassen, dass mein Wingman mit einer Braut nach Hause geht, die geringer als sechs einzustufen ist Ich übernehme abwechselnd mit meinem Wingman die Runden, auch wenn ich dabei der bin, der immer für die harten Sachen zahlt Ich werde meinen Wingman niemals ausboten, ganz egal wie heiß die Braut ist Ich schwöre, dass ich meinen Wingman immer mitnehme, wenn ich zu einer Party eingeladen werde Wenn mein Wingman eine heiße Braut kennenlernt, die eine hässliche Freundin hat, dann werde ich in den sauren Apfel beißen Wenn mein Wingman von einer Braut eine Abfuhr erhält, werde ich umgehend beteuern, dass sie ohnehin ein blödes Huhn war, auch wenn ich sie eigentlich durchaus interessant fand Sollte mein Wingman ein Gespräch mit einem Mädel beginnen, das noch unter 16 sein könnte, werde ich Erkundigungen nach dessen Alter einziehen Sollte ich erfahren, dass die Braut, auf die mein Wingman ein Auge geworfen hat, einen festen Partner hat, mache ich ihn darauf aufmerksam Es sei denn, es ist einigermaßen sicher, dass der Freund oder Ehemann nicht zugegen ist Ich respektiere alle Regeln, die vorschreiben, wer Vorrang hat Artikel 79 Bei einer Hochzeit darf ein Bro nur widerwillig zu den anderen Junggesellen schleichen, wenn das Strumpfband der Braut geworfen wird und nur um der anwesenden Mädels Willen Interesse heucheln Derjenige Bro, der das Band schließlich fängt, muss ganz lässig so tun, als wäre er nicht entsetzt bei dem Gedanken, dass es ihn als Nächsten erwischen könnte Dann darf er zur Bar stürzen und sich einen kräftigen Drink genehmigen Aber nur, wenn die Getränke auf das Brautpaar gehen Sollte die Frau, mit der ein Bro gekommen ist, den Brautstrauß fangen, muss der Bro so tun, als wäre er begeistert Sofern er jemals wieder mit ihr in die Kiste will Danach darf er zur Bar stürzen und sich gemeinsam mit dem Strumpfbandopfer einen kräftigen Drink genehmigen Artikel 80 Sollte es zu einem flotten Dreier kommen, muss ein Bro alles in seinen Kräften stehende tun, um seinem Bro zu assistieren, darf jedoch keinen aktiven Part übernehmen Regeln für einen flotten Dreier 1. Das Gesamtalter der drei Beteiligten darf nicht höher als 83 Jahre sein 2. Das Gesamtgewicht der drei Beteiligten darf nicht mehr als 400 Pfund bzw. 181,44 Kilogramm betragen 3. Für die gewährten Dienstleistungen dürfen kein Geld oder Geldwerte Geschenke übergeben werden 4. Schwangere sollten vor der Teilnahme ihren Arzt konsultieren 5. Alle Beteiligten müssen im Familienstammbaum mindestens drei Äste voneinander entfernt sein 6. Keine Turnschuhe mit schwarzen Sohlen 7. Weibliche Teilnehmer dürfen die Illusion nicht zerstören, dass sie so etwas zum ersten Mal machen 8. Es ist strikt untersagt, Küchengeräte oder andere elektrische Hilfsmittel zu verwenden 9. Vor dem Dreier müssen die Teilnehmer duschen 9. Hinterher sowieso Artikel 81 Ein Bro lässt die Klobrille für seine Bros hochgeklappt Artikel 82 Wenn zwei Bros in eine hitzige Diskussion über etwas geraten und einer verbal entgleist dann darf der andere nicht erwarten, dass dieser es zurücknimmt oder sich entschuldigt So etwas ist unmenschlich Artikel 83 Ein Bro muss sich stets an die goldene Regel halten Liebe niemals, niemals, niemals deinen Nächsten Auf keinen Fall darf ein Bro sich auf amoröse Abenteuer mit einer Arbeitskollegin einlassen Ausnahmen Die Kollegin ist eine 8 oder höher Die Kollegin ist eine Untergebene Die Kollegin zieht sich ein wenig aufreizend an Bei dem Job wäre es gar nicht so schlecht, gefeuert zu werden Die Firma hat gerade erst ein Verfahren wegen sexueller Belästigung hinter sich, das wird so schnell nicht wieder vorkommen Irgendjemand wettet mit euch, dass ihr die nie rumkriegt Ihr wechselt sowieso demnächst in eine andere Abteilung Ihr bleibt mit der Kollegin im Aufzug stecken Ihr drückt aus Versehen auf den Notfallknopf und bleibt im Aufzug stecken Die Kollegin wird ohnehin bald entlassen Oder wird dann entlassen, wenn ihr die aktivisiert habt Ihr kanntet die Kollegin schon, bevor ihr Kollegen wurdet Die Kollegin fliegt auf euch Euer Leben ist in Liebesdingen ein wenig festgefahren Die Kollegin macht gerade eine Scheidung durch Die Kollegin sieht in letzter Zeit ziemlich gut aus Die Kollegin ist kein bisschen schockiert, als ihr aus Versehen scharfe Fotos von euch an die Mailadresse des Büros schickt Artikel 84 Ein Bro unterbricht alles, was er gerade tut, um sich stirblangsam im Fernsehen anzusehen Das gilt auch für die Verurteilten Außerdem für Top Gun, The Big Lebowski und die erste Hälfte von Full Metal Jacket Und für Pornos, klar Artikel 85 Kauft ein Bro sich ein neues Auto, muss er unbedingt die Motorhaube öffnen, wenn er es seinen Bros vorführt Seine Bros stoßen daraufhin anerkennende Pfiffe aus, auch wenn sie keine Ahnung von dem haben, was sie da sehen Artikel 86 Wenn ein Bro eine Braut kennenlernt, sollte er zunächst einmal herausfinden, wo sie auf der Heiß-Irre-Skala einzuordnen ist, bevor er sich weiter um sie bemüht Artikel 87 Artikel 87 Ein Bro zweifelt nie an den Angaben, die ein anderer Bro über seine Erfolge beim Golfen, die Schwere der gehobenen Gewichte oder die Körpergröße macht Allerdings kann er von dem betreffenden Bro einen Beweis fordern, traditionellerweise in Form einer Wette Artikel 88 Wenn ein Bro aus irgendeinem Grund den Wagen eines anderen Bros fahren muss, darf er keinesfalls die einprogrammierten Radiosender, die Position der Spiegel oder des Sitzes verstellen, auch nicht wenn dies dazu führt, dass der Bro in einer Haltung fahren muss, die eine große Gottesanbeterin am Steuer einnehmen würde Artikel 89 Ein Bro sagt stets ja, um einen anderen Bro zu unterstützen Wenn ihr mit anderen unterwegs seid, müsst ihr bereit sein, alles zu bestätigen, was ein Bro einer Braut erzählt Ja, er ist ein Single Ja, wir gehören zur Spezialeinheit Navy Seals Ja, er hat Facebook erfunden Während dies meist dazu führt, dass in puncto Wohlstand, sportliche Leistungen oder die Fähigkeit, hochkomplizierte Fluggeräte zu steuern, übertrieben wird, reicht es manchmal schon aus, so zu tun, als käme man aus einer anderen Stadt Wenn ihr es über euch bringt, euch für euer Dad anzuziehen und dann so tut, als ob ihr ein Auswärtiger wärt, kann das durchaus ein erfolgreicher Weg sein, um Mädels aufzureißen Vorausgesetzt, ihr habt eine glaubwürdige Geschichte in petto Artikel 90 Ein Bro nimmt zur Party eines anderen Bros mindestens eine Einheit mehr Alkohol mit, als er zu trinken gedenkt Wenn ein Bro also vorhat, sich ein Sechserpack hinter die Binde zu gießen, muss er mindestens ein Sechserpack und eine weitere Dose Bier dabei haben Wenn die Party langweilig ist oder zu viele Typen da sind, hat ein Bro das Recht, seinen Alkohol wieder mitzunehmen, wenn er geht Die Etikette gebietet allerdings, dass er wartet, bis niemand es sieht Artikel 91 Wenn eine Gruppe von Bros mutmaßt, dass ein Bro im Begriff ist, sich einen Spitznamen zuzulegen, müssen alle sich auf einen ähnlich klingenden, aber noch lächerlicheren Spitznamen verständigen und diesen ständig verwenden Artikel 92 Die Bekanntschaften, die ein Bro für zwanglosen Sex nutzt, hält er stets auf sichere Entfernung Um die Reinheit einer schönen, unpersönlichen, flüchtigen Beziehung zu erhalten, entwickelt ein Bro zu einer bloßen Sexpartnerin keine emotionale Bindung Damit eine reine Sexpartnerin eine reine Sexpartnerin bleibt, ist es wichtig, folgende Regeln einzuhalten Bezahlt nie etwas für sie, nicht einmal einen Drink Geschenke bedeuten Interesse und planvolles Vorgehen Eine reine Sexpartnerin sollte nie das Gefühl bekommen, dass mehr dahinter steckt Bezeichnet eine Sexpartnerin nie als Sexpartnerin Manche Menschen, insbesondere Frauen, glauben nämlich gern, dass es bei Sex um mehr als Sex geht Bleibt nie bei ihr nach dem Sex, es geht hier um Sex und um nichts anderes Wenn der Akt vollzogen ist, ist alles weitere überflüssig, abwegig und peinlich Ruft nicht noch ein zweites Mal an, wenn die Partnerin an einem Abend nicht ans Telefon geht Zwei Anrufe lassen an einen Notfall denken, etwa, dass man eine Geschlechtskrankheit bei euch festgestellt hat oder dass ihr mit ihr ausgehen wollt Ruft nicht mehr als zweimal im Monat an In manchen Ländern gilt sowas schon als Ehe Denkt auf keinen Fall schon vor Mitternacht an sie Müßige Gedanken können zu einer Beziehung führen Und lasst euch nicht darauf ein, euch an einem anderen Abend zu treffen als an dem, an dem ihr telefoniert Denn das nennt man ein Date Artikel 93 Bros sprechen nicht Französisch miteinander Artikel 94 Wenn ein Bro auf der Toilette sitzt und ihm das Klopapier ausgeht, darf ein anderer Bro ihm eine Rolle zukommen lassen Dabei dürfen sich ihre Hände aber keinesfalls berühren oder die Tür um mehr als 30 Grad geöffnet werden Artikel 95 Ein Bro muss einen anderen Bro auf eine großbusige Frau aufmerksam machen, auch wenn er den Bro überhaupt nicht kennt Solche Hinweise dürfen nicht verbal erfolgen Artikel 96 Bros sollten einmal im Jahr gemeinsam zelten oder wenigstens versuchen, ein Feuer zu machen Anmerkung Feuer sollte im Freien gemacht werden Artikel 97 Lässt ein Bro durchblicken, auf welches College er gegangen ist, so wird das ein Bro, der auf ein weniger angesehenes College gegangen ist, das ganze Wochenende überwurmen Artikel 98 Ein Bro macht gegenüber seinen Bros niemals falsche Angaben über die Attraktivität von Bräuten bei einem bestimmten Ereignis oder an einem bestimmten Ort Es war einmal ein Bro, der sandte seinen Bros gern die SMS, heute Abend heiße Bräute in der Bar Wenn die Bros dann eintrafen, um ihm als Wingman zur Seite zu stehen, waren überhaupt keine heißen Bräute da, nur ein paar Typen oder sowas und er amüsierte sich königlich Der Bro fand das zum Schreien komisch und irgendwie war es das ja auch, bis er eines Abends in die Bar kam und feststellte, dass dort gerade Aufnahmen für einen Bikini-Kalender gemacht wurden Aufgeregt schickte er folgende SMS Jungs, brauche dringend Wingman, Bikini-Fotoshooting am Laufen Doch diesmal schenkten die Bros seinem Ruf keine Beachtung und ließen sich nicht von dem Videospiel-Marathon weglocken Keiner stand ihm bei Der Bro versuchte es daher ganz allein bei einem der Bikini-Mädchen, doch da ihm der Wingman fehlte, wurde er von der Meute in Stücke gerissen Keiner glaubt einem Bro, der einmal beim Thema heiße Bräute gelogen hat Auch dann nicht, wenn er die Wahrheit spricht Artikel 99 Wenn ein Bro sich verirrt hat, fragt er auf keinen Fall nach dem Weg Ausnahme Ein Bro kann eine heiße Braut fragen, die sich in der Gegend auszukennen scheint Zweite Ausnahme Ein Bro kann eine heiße Braut fragen, auch wenn sie offenbar selbst nicht weiß, wo sie ist Dritte Ausnahme Ein Bro kann eine heiße Braut fragen, auch wenn er sich überhaupt nicht verirrt hat Artikel 100 Wenn ein Bro an einer roten Ampel halten muss, kurbelt er das Fenster herunter, damit alle anderen sich an seinem exzellenten Musikgeschmack erfreuen können Sitzt am Steuer des Wagens neben ihm eine heiße Braut, so schiebt der Bro seine Sonnenbrille herunter, damit er die Braut besser sehen kann Sollte er zu dem Zeitpunkt keine Sonnenbrille tragen, so setzt er sie zuerst auf und schiebt sie dann herunter, damit er die Braut besser sehen kann Artikel 101 Bittet ein Bro einen anderen Bro, ein Geheimnis für sich zu behalten, dann nimmt dieser das Geheimnis mit ins Grab Und bewahrt es auch darüber hinaus, wenn sich herausstellen sollte, dass es tatsächlich ein Leben nach dem Tod gibt Das ist der Unterschied zwischen einem Bro und einer Braut Anmerkung Das Einzige, was die Klatschsucht einer Frau noch übersteigt, ist der Wunsch nach Kindern und Accessoires So gesehen sollte ein Bro Vorsicht walten lassen, wenn er ein Geheimnis einem Bro anvertraut, der verheiratet ist Artikel 102 Ein Bro muss seinen Wingman sorgfältig auswählen und trainieren Artikel 103 Ein Bro trägt niemals Socken zu Sandalen Er entscheidet sich einmal für einen bestimmten Schuhstil und bleibt ihm dann treu Artikel 104 Die Mutter eines Bros ist immer tabu Die Stiefmutter hingegen ist durchaus im Rennen, sofern sie den ersten Schritt tut oder mindestens ein Kleidungsstück mit Leopardenmuster trägt Vorausgesetzt, sie sieht gut darin aus, allerdings nicht, wenn sie Mentholzigaretten raucht Es soll hier ein für allemal klargestellt werden, dass ein Bro sich unter keinen Umständen auf intime Beziehungen mit der Mutter eines anderen Bros einlässt Hingegen ist es gestattet und sogar empfohlen, dass ein Bro mit Gesten und Zeichen einem anderen Bro die athletischen Höchstleistungen, Unzüchtigkeiten oder technischen Gerätschaften beschreibt Zu denen es bei einer fiktiven Begegnung mit dessen Mom kommen könnte, bzw. die bei einer solchen Begegnung zum Einsatz kommen könnten Notabene, es ist üblich, dass sein Bro solche Albereien unterlässt, wenn die Mom des anderen Bros einen neuen oder höher ist, damit nicht der Eindruck von ödipalen Anspielungen entsteht Sollte ein Bro erfahren, dass sein Bro Adoptivkind ist, dann kann er sich guten Gewissens an die Adoptivmutter heranmachen Jedoch erst, nachdem er die leibliche Verwandtschaft durch beglaubigte Geburtsurkunden, Krankenhausakten oder DNA-Analyse, je nachdem, was am einfachsten zu bewerkstelligen ist, ausgeschlossen hat Artikel 105 Wenn ein Bro nicht zur Hochzeit eines anderen Bros eingeladen wird, macht er daraus keine große Sache Selbst wenn er eigentlich derjenige war, der die beiden zusammengebracht hat und sich bereits das perfekte Hochzeitsgeschenk überlegt hat und alles ist schon in Ordnung, kein Problem Artikel 106 Wenn ein Bro Bier für seine Bros bestellt, wählt er immer die größte verfügbare Einheit, sonst muss er sich den ganzen Abend ihre Lästereien anhören Artikel 107 Ein Bro erwidert immer den Gruß eines anderen Bros Ganz abgesehen davon, dass es nicht gesund sein kann, wenn jemand längere Zeit seinen Arm in die Höhe hält, können für einen Bro, der die Hand zum High-Five hebt und dessen Gruß unbeachtet bleibt, die psychischen Folgen beträchtlich sein Solltet ihr jemals einen Bro sehen, der die Flosse in die Höhe reckt und sich verzweifelt in alle Richtungen umsieht, dann tut ihm die Bro-Tart und schlagt ein Artikel 108 Artikel 110 Wenn es zwischen einem Bro und einer Braut funkt, dann soll der andere Bro alles in seiner Macht Stehende tun, um dem Bro zum erhofften Erfolg zu verhelfen Ihr und eure Bros werdet auf der Jagd nach dem One-Night-Stand auf viele auf den ersten Blick unüberwindliche Schwierigkeiten stoßen, hier ein paar Techniken, mit denen ihr sie meistern könnt Solltest du ihren Namen vergessen, schick einen Bro zu ihr, der sich ihr vorstellt und genau aufpasst, aber such den Bro aus, der am wenigsten gut aussieht Hat die Braut deine Einladung zu einem Drink ausgeschlagen, biete ihr Frühstück im Bett als Alternative an Wenn sie nicht darauf eingeht, sagst du, sei ein Scherz gewesen Ist sie mit ihren Freundinnen da, mach diejenige aus, die der Grund für die Mädels war, auszugehen, nämlich die gerade erst sitzen gelassene Braut, und halte dich an die Geht das Licht an und sie ist hässlich, kneift die Augen zusammen Wenn sie fragt, was du da machst, sagt, dass du deine Brille vergessen hast oder dir schreckliche Sorgen wegen der Umweltzerstörung machst oder sonst was in der Art Artikel 111 Wenn ein Bro feststellt, dass ein anderer Bro sein E-Mail-Programm noch geöffnet hat, dann schließt er es für ihn Allerdings erst, nachdem er einige wütende Mails an zufällig ausgesuchte Adressen geschickt und dann die gesendeten Nachrichten gelöscht hat Artikel 112 Ein Bro singt in einer Bar nicht zur Musik mit Ausnahme Ein Bro darf an Karaoke teilnehmen Ausnahme zur Ausnahme Keine Frauensongs Artikel 113 Ein Bro hält sich an die althergebrachte Altersunterschiedsformel, wenn er sich an eine jüngere Braut heranmacht Das Alter der Braut muss kleiner sein als das Alter des Bros, geteilt durch 2 plus 7 Diese Formel verhindert, dass alte Lüstlinge sich die ganzen heißen Bräute schnappen und außerdem erspart sie Bros den Anblick von Tatterkreisen mit geilen Mädels und die Vorstellung, wie sie es auf seinem Krankenhausbett treiben Artikel 114 Artikel 115 Ein Clothing Optional Strand ist für Bros nicht wirklich ein Clothing Optional Strand Artikel 116 Ein Bro bringt einen anderen Bro nicht um und erstickt auch nicht seine Chancen bei einer Braut im Keim Jeder Bro hat ein Recht auf Leben und ein Recht darauf, heiße Bräute anzubaggern Eines dieser gottgegebenen Rechte zu verletzen wäre wirklich hundsgemein und würde die schlimmste Strafe nach sich ziehen, die der Bro-Code vorsieht Den dauerhaften Entzug des Rechts im Auto vorn zu sitzen Artikel 117 Ein Bro gibt niemals freiwillig die Fernbedienung aus der Hand Möchte ein anderer Bro den Fernsehsender wechseln, so kann er dies als verbale Bitte vorbringen oder er kann sich lächerlich machen, indem er zum Gerät geht und von Hand umschaltet Es ist davon auszugehen, dass ein Bro alles tut, um in den Besitz der Fernbedienung zu gelangen Das kann sogar so weit gehen, dass er seine Bros mit 14 aus dem Zimmer treibt Artikel 118 Wenn ein Bro mit seinen Bros zusammen isst, ist er kein Vegetarier Artikel 119 Wenn drei Bros sich den Rücksitz eines Autos teilen müssen, dann darf keinesfalls einer den Arm um den anderen legen, um dadurch Platz zu gewinnen Ebenso ist es nicht akzeptabel, dass zwei Bros miteinander Motorrad fahren Es sei denn, es handelt sich um ein Motorrad mit Bro-Wagen Artikel 120 Ein Bro nennt einen anderen Bro stets beim Nachnamen Ausnahme, wenn der Nachname des Bros zugleich eine Rassenbezeichnung ist Artikel 121 Selbst wenn er noch nie zuvor auf Skiern gestanden hat, gibt ein Bro sich nicht mit dem Übungshang zufrieden Wenn ein Bro dabei spektakulär auf der Nase landet, kann er immer noch die Bindung oder die Schneeverhältnisse dafür verantwortlich machen Artikel 122 Ein Bro ist immer gut drauf Immer Solltet ihr einmal Mühe haben, in Stimmung zu kommen oder einen anderen Bro in Stimmung bringen zu müssen, dann hilft sicherlich ein Gute-Laune-Musik-Mix Artikel 123 Zwei Bros halten mindestens einen Meter Abstand, wenn sie auf ein und derselben Tanzfläche tanzen Selbst wenn sie die Messerstecherei aus Beat It nachspielen Was Bros aber eigentlich nicht tun sollten, oder zumindest nicht oft Artikel 124 Wenn ein Bro beim Basketball daneben wirft, beim Softball den Ball ins Ausschlägt oder beim Broling keinen einzigen Kegel trifft, wird erwartet, dass er so etwas wie eine Entschuldigung stammelt Artikel 125 Wenn ein Bro vor einem anderen in einer Bro-Lonne fährt, muss er versuchen, ihn im Verkehr abzuhängen Das ist ein echter Spaß Artikel 126 Wenn zwei oder mehr Bros sich gemeinsam Unterhaltung für Erwachsene ansehen, ist es absolut untersagt, dass ein Bro absichtlich oder unabsichtlich einen anderen Bro berührt, egal aus welchem Grund Dies gilt auch, jedoch keineswegs ausschließlich, für den High-Five, den Faust-an-Faust-Gruß und den anerkennten Klaps auf den Po Auch Zwinkern ist nicht empfohlen Vor dem Besuch eines Trip-Clubs sind folgende Regeln einzuhalten Sorgt dafür, dass ihr ausreichend Geldmittel in kleinen Banknoten der Landeswährung dabei habt Versteckt Bank- und Kreditkarten tief in der Brieftasche, aber doch noch zugänglich für den Fall eines seltenen Zwillings-Szenarios Seid betrunken Steckt gefälschte Filmproduzenten Visitenkarten ein, die versehentlich in den Ausschnitt der Tänzerinnen fallen können Legt das Gelöbnis ab, Tänzerinnen mit Namen wie Smokey, Hepatitia oder Thunder zu meiden Stellt die Heizung in eurer Wohnung ab, um Kosten zu sparen und noch etwas für die Umwelt zu tun Zieht keine Jeans an Und lest eine ausführliche Zusammenfassung des Films, von dem eure Freundin glaubt, dass ihr ihn euch anseht Artikel 127 Ein Bro muss einen anderen Bro stets dabei unterstützen, die Ereignisse des Vorabends zu rekonstruieren Es sei denn, der Bro ist letztlich bei einer hässlichen Braut gelandet Oder hat mehrfach Mann, ich liebe euch zu seinen versammelten Bros gesagt Artikel 128 Ein Bro trägt nie zwei Kleidungsstücke gleichzeitig, auf denen derselbe Name einer Schule, eines Ferienorts oder einer Sportmannschaft aufgedruckt ist Selbst wenn der absolute Wäschenotstand ausgebrochen ist, darf ein Bro eher halbnackt aus dem Haus gehen, als gegen diese Regel zu verstoßen Natürlich nur halbnackt von der Talie aufwärts Artikel 129 Erst danach darf er sich erkundigen, ob sein Bro verletzt wurde Artikel 131 Es kann von einem Bro zwar nicht unbedingt erwartet werden, dass er bis ins Detail weiß, wie man einen Reifen wechselt Doch sollte er zumindest den Wagenheber herausholen und den Platten eine Weile anstarren Wenn er in der Bedienungsanleitung nachsehen muss, um den Wagenheber zu finden, sollte er dies im Innenraum tun Wo Passanten ihn nicht sehen können und von wo aus er auch diskret die Pannenhilfe verständigen kann Am besten versteckt er danach den Wagenheber am Straßenrand, damit er eine gute Entschuldigung hat, wenn der Abschleppwagen kommt Artikel 132 Das ist vorbei, allerdings kann der Bräutigam sich spektakulär von seinen Bros verabschieden mit den richtigen Brautjungfern Brautjungfern werden in hässliche, für alle gleiche Kleider gezwängt und haben nur ein einziges Ziel, so schnell wie möglich wieder herauszukommen Studien haben ergeben, dass die Mischung aus Cocktails, Bros im Abendanzug und, naja, Cocktails, Brautjungfern zu den entgegenkommendsten Mädels des ganzen Planeten macht Artikel 133 Ein Bro bekennt sich zu einem Furz erst, wenn er zuvor mindestens einen anderen Bro beschuldigt hat Ausnahme Klingelton Artikel 134 Ein Bro darf auch einen weiblichen Wingman haben Seit Beginn der Menschheit haben Bros nur flüstern von einem Wingman gesprochen, der über solch außergewöhnliche Fähigkeiten verfügt, dass er mit einem einzigen Wimpernschlag ein Dutzend heißer Bräute herbeischafft Ich spreche natürlich von der Wingwoman Ist doch klar, wenn euer Wingman genau weiß, was Frauen gerne hören, dann ist das doch mehr wert als ein Haufen Geld, ein voller Haarschopf oder sogar ein Motorboot Und das Beste daran ist, dass es Wingwoman wirklich gibt Allerdings müsst ihr zunächst all die sexistisch geprägten falschen Vorstellungen überwinden, die eine Braut so oft davon abhalten, einem Bro dabei zu helfen, andere Bräute ins Bett zu bekommen Artikel 135 Wenn ein Bro aus Versehen zwei Bros den Platz auf dem Beifahrersitz versprochen hat, dann muss eine der folgenden Maßnahmen darüber entscheiden, wer Co-Pilot wird Erstens, ein Wettrennen zum Wagen Zweitens, eine unauffällige Auktion oder, wenn die Strecke mehr als 700 Kilometer beträgt Drittens, ein schonungsloser Kampf bis zum bitteren Ende Artikel 136 Wenn eine Freundin sich danach erkundigt, wie der Junggesellenabend war, darf ein Bro nur gleichgültig, war schon okay, antworten Ein Bro nimmt zu einem Junggesellenabend niemals eine Kamera mit Die einzige Erinnerung, die ein Bro von einem Junggesellenabend mit nach Hause bringen darf, ist etwas, das sich mit Penicillin kurieren lässt Artikel 137 Wenn ein Bro als Gastgeber fungiert, bestellt er genug Pizza für alle seine Bros Artikel 138 Ein echter Bro lacht nicht, wenn jemand einen Tritt in die Eier bekommt Ausnahme, er kennt den Typen nicht Artikel 139 Ein Bro würde, unabhängig davon, ob es stimmt, niemals zugeben, dass ihn Broadway-Shows oder Musicals interessieren Auch wenn, zugegebenermaßen, Broadway mit Bro beginnt Artikel 140 Ein Bro behält sich das Recht vor, während der ersten fünf Minuten einer Verabredung einfach abzuhauen Die Zitronenklausel Die Zitronenklausel ist ein wenig bekanntes Schlupfloch bei Verabredungen, das es einem Bro gestattet, während der ersten fünf Minuten ohne jede Erklärung noch einen Rückzieher zu machen Hat euch ein Bro nicht schon oft ein Blind Date organisiert, bei dem die Betreffende sich als echte Qual erwiesen hat? Die Zitronenklausel erlaubt es, sich solchen Qualen nicht länger auszusetzen und seine Zeit nicht damit zu verschwenden Ihr müsst einfach eurer Verabredung die Karte mit der Zitronenklausel vorlegen und schon seid ihr aus dem Schneider Auf der Karte steht zu lesen Tut mir leid, aber die Verabredung ist vorbei, gemäß den Bestimmungen der Zitronenklausel Die Zitronenklausel kann in Anspruch genommen werden, wenn innerhalb der ersten fünf Minuten einer Verabredung zwischen Unbekannten eine der beiden beteiligten Parteien zu dem Schluss kommt dass das Unternehmen aussichtslos ist und die Verabredung aus Gründen der Zeitersparnis oder Selbstachtung abzubrechen ist Die Entgegennahme dieser Karte verpflichtet die Zitronenpartei, von jeglicher Art von Vorwürfen oder Fragen gegenüber dem Geber betreffend den Abbruch der Verabredung abzusehen Dieser kann aus jeglichem Grunde erfolgen, so zum Beispiel wegen geschmackloser Kleidung, Mundgeruch, Unansehnlichkeit, exzessiver Körperbehaarung oder Körperbehaarung an unerwarteten Stellen Long Island Akzent, schlechter Schulbildung, Mangel an Vertrauenswürdigkeit, Mangel an Kreditfähigkeit oder eigenartiger Gerüche Anhang 1. Der Geber kann die Inanspruchnahme der Zitronenklausel zurückstellen, wenn die Zitronenpartei sich unmittelbar nach Entgegennahme der Karte bedingungslos zu einem One-Night-Stand bereit erklärt 2. Die Bedingungen dieser Vereinbarung sind allgemein übertragbar, solange die Zitronenklausel als solche unangetastet bleibt 3. Sollte der unwahrscheinliche Fall eintreten, dass beide Parteien im gleichen Moment von der Klausel Gebrauch machen, müssen die Beteiligten dies mit einem High-Five quittieren und keine von beiden Parteien gilt als Geber der Karte Artikel 141 Ein Bro geht nur zur Maniküre, wenn er A. Die heiße Asiatin, die die Maniküre durchführt, flachlegen will oder B. Mindestens ein Monat seit seiner letzten Maniküre vergangen ist Das hier ist schließlich der Bro-Code und nicht der Schlampen-Code Artikel 142 Ein Bro darf nicht auf Rache aus sein, wenn er, nachdem er inmitten seiner Bros das Bewusstsein verloren hat, beim Aufwachen feststellt, dass sein Gesicht überall mit Filzstift bemalt ist Artikel 143 Es ist nicht gestattet, bei der Ausführung des High-Five die Finger ineinander zu verschränken oder die Hand des anderen Bros zu ergreifen Ein wenig Bro ist sie High-Five-Kuh Eins, zwei, drei, vier, fünf Halt sie alle hoch in die Luft Schlag zu und lass los, Bro Artikel 144 Es ist absolut inakzeptabel, dass zwei Bros sich ein Hotelbett teilen, bevor sie nicht alle anderen denkbaren Couch, Feldbett und Kissen auf dem Boden alternativen erwogen haben Wenn es jedoch unvermeidlich ist, dann wird jeder unabsichtliche Körperkontakt dadurch ausgeschlossen, dass per Armdrücken nicht auf dem Bett Entschieden wird, wer von beiden die Bettdecke bekommt Danach muss jeder Bro seine untere Körperhälfte mit so vielen Kleidungsstücken wie möglich bedecken Und anschließend wünschen sich beide mit einem stillen Faust-an-Faust-Ruß eine gute Nacht Artikel 145 Ein Bro darf nicht gekränkt sein, wenn ein anderer Bro es versäumt, binnen eines angemessenen Zeitraumes auf einen Anruf, eine SMS oder eine E-Mail zu reagieren Artikel 146 Ein Bro prallt nicht mit Details, wenn er anderen Bros von seinen sexuellen Abenteuern erzählt Wer zu viele Einzelheiten in die Beschreibung seiner geschlechtlichen Glanzleistungen packt, zwingt seine Bros unwillkürlich dazu, sich ihn nackt vorzustellen Und da gibt es kein Zurück mehr Artikel 147 Wenn ein Bro sieht, dass ein anderer Bro in eine Prügelei gerät, eilt er ihm sofort zur Hilfe Ausnahme Der Bro hat sich auf eine Prügelei mit einem wirklich übel aussehenden Burschen eingelassen Zweite Ausnahme Es ist die dritte Prügelei oder mehr, in die dieser Bro innerhalb einer Woche geraten ist Dritte Ausnahme Der zur Hilfe verpflichtete Bro hat eine Bescheinigung seines Arztes, die ihn ausdrücklich von Hilfeleistungen befreit Artikel 148 Ein Bro hört sich keine Frauenmusik an, solange andere Bros dabei sind Allein in seinem Zimmer darf ein Bro sich durchaus zum Beispiel ein Sarah McLachlan-Album oder zwei anhören Aber nur, um wertvolle Einsichten in die weibliche Psyche zu gewinnen Nicht etwa, weil er die melancholischen Melodien so eingängig und gleichzeitig seltsam erhebend findet Artikel 149 Ein Bro tut so, als verstünde er etwas von Zigarren und würde sie genießen Artikel 150 Kein Sex mit deines Bros Ex Es ist absolut verboten, dass ein Bro mit der Ex seines Bros schläft Ein Verstoß gegen diesen Artikel ist schlimmer als der Mord an einem Bro Ergänzungen Ergänzung 1 Ein Bro hat das Recht auf Sex mit der Ex seines Bros, wenn sie den Anfang macht Wenn sie echt heiß ist oder wenn sein Bro gerade nicht in der Stadt oder in einem anderen Zimmer ist Ergänzung 2 Wenn ein Bro eine bewegende Filmtrilogie im Weltraummilieu schreibt Ergänzung 3 Sollte ein Bro feststellen, dass ein Bro eine echt heiße Schwester hat, eine 9 oder höher, ist diese nicht mehr durch Artikel 19 Ein Bro sollte nicht mit der Schwester eines Bros schlafen geschützt Allerdings sollte ein Bro es sich noch einmal überlegen, wenn ihm auffällt, dass die Schwester eigentlich aussieht wie sein Bro mit Perücke Ergänzung 4 Ein Bro darf niemals einen Bro abweisen, der unerwartet mit einer Kiste voller Pornofilme vor der Tür steht Ergänzung 5 Wenn euer Bro mit einer Braut zusammenlebt, ist es nicht mehr passend, dass ihr unerwartet mit einer Kiste voller Pornofilme vor der Tür steht Ergänzung 6 Gut, also wenn ein Bro unbedingt eine Kiste voller Pornofilme irgendwo unterbringen muss, dann darf er auch unerwartet vor der Tür stehen Selbst wenn sein Bro mit einer Braut zusammenlebt Da die Beziehung des Bros zu seinen Pornofilmen unzweifelhaft die ältere und wichtigere ist, hat die Kiste mit Pornofilmen Vorrang vor der im Haushalt befindlichen Braut Auch wenn eine Kiste voller Pornofilme das Abendessen nicht versalzen oder den Sex für die Nacht verweigern kann Ergänzung 7 An dieser Stelle könnt ihr eure eigene Ergänzung einsetzen, damit ihr euch auf den Bro-Code berufen könnt, wenn nötig Ergänzung 8 Ein Bro kann auf den Bro-Code pfeifen, wenn in irgendeiner Art und Weise skandinavische Zwillinge im Spiel sind Ergänzung 9 Ein Bro darf Luftgitarre spielen, wenn die Gitarre aus Plastik und mit einer Spielekonsole verbunden ist Ergänzung 10 Ein Bro darf den Bro-Code veröffentlichen, wenn er sich davon einen ordentlichen Gewinn verspricht Verstöße Verstöße gegen den Bro-Code können mit Geldbußen in Höhe von bis zu 250.000 Dollar geahndet werden In extremen Fällen sogar mit Aberkennung des Bro-Status Ungelöste Dispute betreffend den Bro-Code können unter barneysdinson.barneysblog.com per E-Mail dem internationalen Gerichtshof der Bros vorgelegt werden Vorausgesetzt, es sind Bilder der Bräute, um die es geht, angehängt Und sie müssen heiß sein Die Bräute Nicht die Dispute Es gibt nichts, was den Geist des Bro-Code so sehr beleidigt wie ein willentlicher Verstoß gegen seine Regeln Gelegentlich mag einem Bro ein Fehler unterlaufen, der vielleicht mit seinem Alkoholpegel zu tun hat, einer kurzfristigen Unaufmerksamkeit geschuldet ist Oder der Tatsache, dass eine Braut so heiß ist, dass die anderen Bros hinterher zugeben müssen Er hatte doch gar keine andere Wahl Doch jeder absichtliche Verstoß gegen den Bro-Code ist unverzeihlich Wenn ein Bro gegen den Bro-Code verstößt, dann schadet er nicht nur seinen Bros, sondern auch sich selbst Denn er wird von da an nicht mehr als Bro-würdig gelten Selbstverständlich gibt es im Bro-Code keinen Artikel, den man nicht vertraulich mit einem anderen Bro besprechen könnte Daher würde ich empfehlen, dass ein Bro von einem anderen Bro die Erlaubnis einholt, bevor er etwas tut Oder mit jemandem etwas tut, das dieser Bro vielleicht als Verletzung des heiligen Kodex verstehen könnte Am besten erhält man eine solche Erlaubnis von einem Bro, wenn er stockbesoffen ist, beinahe schon weggetreten Wird ein Verstoß festgestellt, so hat ein Bro das Recht, über den straffälligen Bro eine, dem Verstoß angemessene Strafe zu verhängen Er sollte diese aus der Liste der empfohlenen Strafmaßnahmen wählen Die empfohlenen Strafmaßnahmen sind Aberkennung des Wingman-Status Ausschluss aus dem SMS-Verteiler Ernennung zum ständigen Trinkgeldgeber Sitzplatz auf dem Sessel am Sonnenfenster Streichung von der Liste mit Adressen, an die anzügliche E-Mails weitergeleitet werden Wasserfolter Vorübergehender Ausschluss von Barbecue und Fußballausflügen Verlust des Anrechts auf den Beifahrerplatz Herabstufung des Rangplatzes auf der ungenutzte Dauerkartenliste Ausschluss vom Urlaubskartenverteiler Verlust des Anrechts auf Flugplatzbring- und Abholservice Verpflichtung, dem gekränkten Bro beim Verrücken schwerer Möbelstücke zu helfen Vorübergehender Ausschluss vom gewohnten Golf-Fehre Verpflichtung, Sachen zurückzugeben, die der Bro von dem gekränkten Bro ausgeliehen hat Sogar solche, von denen er angenommen hat, dass der Bro sie längst vergessen hat Verlust des Anrechts, den Truck auszuleihen Der gekränkte Bro wird von der Verpflichtung, Runden zu übernehmen, ausgenommen Und dann kommt der Bro von dem Schirm Und dann kommt der Bro von dem Schirm Und dann kommt der Bro von der Verpflichtung Vielen Dank.